So, der Meisterschütze ist auch, oder? Ja, da ist dann noch so ein blühendes Ding. Das auf Reintdown kriegen ist das was. Wie? Ja, müssen wir. Das war eine bessere Armbrüste. Nice. Ich wusste gar nicht was... Mit 25,7. Was überhaupt welche gibt es für dich? Dann kriegst du wahrscheinlich auch irgendwann ein besseres Schwert oder so. Ja. Ich habe den Verdacht, über diese Brücke kann ich mit einer Person gleichzeitig laufen. Ich geh rüber. Wenn sie mich trägt, trägt sie dich auch. Cool, oder? Ich wollte nur testen. Nicht, dass ich rübergehe und jemand schießt drauf. Oh, holy shit. Nice. Oh, der Schild ist kaputt. Oh. Oh nein, wir lassen mich hier weg raus. Ich habe keine Ränder mehr. Keine Ränder mehr. Kein Schild mehr. Keine Pfeile mehr. Super aus dem Scheiße. Hier sind Pfeiler. Können wir nicht so ein König der Löwenspiel oder so machen? Boah, wer das aus ist? König der Löwen rettet die Dschungelwelt. Das war's. Alles sind so schöne Atmosphäen. Ich hab tatsächlich noch so einen Rest von Schild an meiner Hand. Können wir schon kaufen? Ja. Nein, Space hast du genommen. Bitte? Space hast du genommen. Die Waffe. Nein, du hast die Waffe. Das ist eigentlich das größte Ding. Das ist nicht zufassend. Boah. Ich komm noch über die Brücke. Halt sie durch. Was ist alles auf dem Weg? Okay. Ah, schütte ihn. Haben wir noch... Dann flitzt du noch weiter. Lass mich denn töten, damit er Pfeile dauert. Soll ich hier oben noch irgendwas? No clue. Was für ne Logik dahinter steht. Ah, das hier, die Ritz ist Lösungstür. Laufen zwei über die Brücke in die Brücke fällt ein? Aha, diese Brücken tragen immer nur eine Person. Hm, hm. Ja, das wär auch meine Musik. Zwei Heilsrenke hier, pass auf. Pass auf. Wie viel kannst du nehmen? Ich kann einen tragen, warte. Mach ich das? Jetzt benutze ich den, weil ich bin fast da. So, hab ich. Nice. Nice. Was war oben nochmal mit der Tür? Das, äh, hier ist scheinbar jetzt ein Rätsel wieder. Das war nämlich so eine Zwei-Mann-Tür. Hm. Wie schnell war's. Wunderschöne Lösung. Ich muss mal von oben schießen. Ich schau mal nach. Ich kann mich bei welchen Stellen wohl immer gespeichert werden. Das ist so wirklich, dass man auch... Oh, hier ist eine gebo... Zwei! Ich komme. Hm. Boah, ich bin hängen gebliegt. Oh, oh, Schmerzantage. Schmerzen weiter? Lass mich hier... Hallo, nein! Nein! What the fuck? Ich konnte das Ding erst werfen. Als die Wurfanimation angefangen hat, konnte ich wegen nem Stein oder so nicht mehr werfen. Bist du ready für Arena? Okay, dann würde ich sagen, dann war das erstmal. Ja. So, schon geht's weiter. Auch wenn mir das Wartebildschirm irgendwie nicht bekannt vorkommen. Du kannst deine Pfeile in Brand setzen, um Objekte anzuzünden. Hm. Gewisse Fähigkeiten und Zaubersprüche sind effizienter gegen bestimmte Pfeile. Probiere verschiedene Kombos aus, um deren Schwächen zu offenbaren. Wenn du mit deinem eigenen Helden spielst, werden mehr Spielervortritt im Einzelspieler-Spiel abgespeichert. Tja. Tja, hier wäre es. Warum ist es hier so dunkel, you guys? Mach dir keine Angst, Kirby. Boah. Du machst mir Angst. Aber du bist dran. Boah. Da bin ich ja. Ach ja. Der Kraken. Ich muss mir das nochmal angucken. Wo bringen sie die... Okay. Na ja, hol dich. Ich erinnere mich. Irgendwo hört es einfach auf. Naja, du kennst ja das Sprichwort. Je größer sie sind, desto leichter schlucken sie uns. Tch. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Oh mein. Ich hoffe das rum zu spacken und geh rein. Panik Queen. Oh, nein. Fläschchen. Ich habe Schwächen, äh, Fläschchen und Schläschchen. Es sind, äh, Gulags. Ne, wie heißen die? Jetzt spackt er nicht rum, stirbt. Oh. Oh, Snyder. Auf sie. Hey you guys. Gotcha. Und... Hinrichtung. Boah. Es hat nochmal drauf gehauen. Um auch ganz sicher zu gehen. Ich würde sagen, ich... Ich... Ich habe einen kleinen Leck, oder? Ich glaube das hat mit diesem komischen Tool zu tun, weil ich runtergeleine. Meinst du? Ja. Aber du hast ja jetzt einen besseren Ping. Ja, wie kriegst du das Tool wieder weg? Ach so, der Ping. In dem Ding war auch gleichzeitig ein, äh, die, die Installer drin. Wir müssen das jetzt machen, bis, bis wir gefailt haben. Ähm, wie habe ich das nochmal gemacht? Hm. Oh Gott. Drück dich ab. Moment nicht. Ich spack's da rum, oder? Haha. Never ever... Ach so. Hallo. Okay. Huh. Der Lektion. Stark? Hörst du das? Der ist gestorben. Aber das war... Das war kein Freudenschrei. Und es hörte sich nicht menschlich an. Hm. Das hat dir deine eigene Theorie. Wie stark ist denn der Lekt? Ah ja, das... Äh, nicht zu vernachlässig. Ah! Was macht ihr hier? Wir besuchen die Sehenswürdigkeiten. Bist frei gekommen, was? Ah. Achte mir, ich drehe den Spieß mal um. Oh ja. Ich überspringe. Ich überspringe. Ich überspringe. Ich überspringe. Fläschchenwürdig. Ich hab beide voll. Oh. Das ist doch ein schönes Gerät. Ach, das. Oh man. Warte. 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 Mit meinem Lag kann ich das, ähm... Er ist vereist. Ja. Ich bin der Heiland. Verlei mir stärker. Oh man. Hei der Knaade der Heilandmännchen! Hilf mir! Das wird... Da... Das wird... Oh man... Höh... Ich bin der Knaade der Heilandmännchen! Oh shit. Mich hat's erwischt. Juga ich hab gar kein Schild mehr. Halt durch ich hab nicht den Bogen geschüttelt. Hab ihn. Ah ja. Oh, in der Leer. Oh shit. Die Kraft Der sieben Engel Geneitiger Twinska Ich hab ihn voller Kerner erwischtes gewählt Er hält nicht mehr für jahres Finishing Gold, gold ist gut Ich hab noch zwei Fläschchen, aber keine Heiltringe Gut, Heiltringe hab ich auch nicht mehr Ich hab hier irgendwelche Kisten oder so vergessen Da werden wir aber ganz schön zurück Geschickt Wenn man einmal Neustart Na ja Na you guys, tut uns leid, aber Erinnern kann man's auch nicht, ne? Oder? Ich hab mich immer noch Wir wirklich den letzten Save genommen haben Guck mal, der Mann da unten Willst du ihm helfen? Nö Nö, Scooby Nisch zu machen Ich erinnere mich Wo bin ich jetzt? Boah, hier ist ein Ding hat das gut Die Mana Trank Die Mana Trank Und Heiltrank Wieder voll Ich rieche Ich rieche Schrieker Ich rieche Schrieker Ich rieche Ich rieche Ich rieche Ich rieche Ich rieche Dann möchte ich dem König nicht begegnen Ich rieche Ich rieche Oh lol Oh man Er kann nicht zu hoch werfen Das ist schon mal gut Oh Sehr gut. Oh, das sind vier Schatz. Wie viele Flächen hast du? Wiederbelebungsein. Ich auch einen. Aber du stirbst früher, ne? Ah, hier ist diese Höhle. Okay, hier gibt's Schriekers. Und da kommen zwei Panzerläufe rein. Ich, ich, ich erinnere mich. Schrieker! Schrieker! Komm, Kleiner. Ähm. Jetzt von oben. Komm, wir. Komm, komm, komm. Oh, gleich beide. Einer tot. Ich brauche mehr Mana. Bist du zwei Flächen eben verballert? Ne, ich hatte noch gar keine Flächen. Ah, okay, okay. Hier ist ein gutes Schild für dich. 300. Awesome. Und das andere auch. Dann nehme ich das mit. Hast du einen Ersatz? Nice. So, nur noch 74, 74 Pfeile. Puh, hoffentlich finden wir aber Scrups. Hm, Scrups. Ja, das sieht man, selbst die Panzerwäufer kriegen mal gut down mit dieser Fähigkeit. Da kriegen die viel mehr Damage. Jo, das nächste Mal werde ich nach dem ersten Tod abbringen. Jo. Ich spreche ab. Ich setze dann sofort einen Panzerbringenden Pfeil ein. Dann ist er fast instatod. Das war Armbrust, nice. Selbst die Armbrust bei mir, Buggy. Jetzt ist die so. Also, der Bolzen, sag ich mal, kommt aus meinem Hintern raus. Hier war eben noch ein zweiter Mana-Sang. Vielleicht hab ich den auch ein bisschen eingesammelt. Hm. Hm. Bin wieder bei 124 Schuss. Nice. So, jetzt kommen wir nämlich dahin, wo wir zuletzt waren. Wer braucht überhaupt so viele Türen? Ich erinnere mich. Kein Glück, Sie! Ich verstehe! Hier rüber, schnell! Wir können euch schützen! Hm, hm. Ja, uch. Warte! Schlussfolgerung! Es kann nur einen tragen. Sieht so aus, als könnte immer nur eine über diese Brücken. Sisko, ich bin da nicht blöd. Ich glaub, sie schweißt das nicht. Oh, von der Seite steht. Hm. Hab ihn. Ja. Ich höre Bogenschützen. Also weg. Sehr positiv. Hab ihn. Sehr nice. Ich glaube, immer nur einer. Hm. Ich hab mittel ausgerüstet. Boah, ich hab übelst guten Bogen gefunden. War grad tot. Wow. Der heisst schon so. Wow. So. Hm. Wie sieht aus? Wie sieht aus? Das ist aber nicht Magic. Du wirst überrasen. Ähm. Für die Schnellen jedenfalls. Hat den Nachteil, dass er mehr Munition verbraucht. Ja. Oh, da gibt mir der Korn. Du bist langsam. Hier we go. Kein Mann an er. Nimm doch dein Schild. Okay. Hast du noch im Schild fällt? Jetzt wieder. Na wie sie sind? Was ist Geschwind? Und ich kann mich lösen. Thank you guys. Ja, da ist er. Meine Falte. Aha, der nimmt's Thresh. Okay, Schild ist down. Hier ist ein Halt rein. Zwei. Vorsicht, Feuerwehr. Okay. Ähm. Mana Trank. Oh, ich hab langsam gefunden. Cooption. 255 damage. Oh. Heidringer ist voll. Ja. Gut. Entschuld. Warum kann ich ihn nicht nehmen? Okay. Weil ich kann ihn gerne auch noch nehmen. Mein Health ist nämlich noch nicht voll. Habe ich jetzt für mich gemacht. Hier ist noch Mana dran, oder? Boah. Da habe ich ihn nicht mehr erwischt. Ja. 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 Ja.